Ich hab aber zwei. Was würdest du haben? Brauchst du eine Batterie oder was brauchst du? Was würdest du haben? Metallschrott, wenn du hast. Ich frag mich, wie man eigentlich keinen Metallschrott haben kann. Da draußen liegt massig. Ich hab aber keinen. Das war jetzt nur rein realistisch betrachtet. Das war jetzt nur rein realistisch betrachtet. Ich brauch zwei, das reicht nicht. Ich hab einen nur. So wichtig ist nicht, ich hab noch genug Kugeln. Ah, Machete. Ich bräuchte auch zweimal Klebeband eigentlich. Auch Klebeband. Ich hab nur einmal Klebeband. Ja, das würde mir schon mal reichen. Gib mir Klebeband. Bitte. Was hast du gesagt, was du noch brauchst sonst? Ich hab mich noch nicht entschieden. Ja, dann kann ich dir das lieber jetzt schon mal geben. Ich weiß doch nicht mehr, was ich da alles brauchte. Zweimal Deodorant, zweimal Schrott und irgendwas anderes noch. Zweimal. Ich hab nur einen Deo und einmal Metal-Schrott. Insofern passt, hilft's ja sowieso nix. Dankeschön, Dankeschön. Ah, einmal Feuerzeuggas. Wenn ich ihn nicht aufnehmen würde, würde ich jetzt sagen, gut, dass das keiner gesehen hat. Hast du gemacht? Nichts. Alles gut. Ich wollte gerade fürs Looten gehen und dann kam so ein Zombieman. Dann hab ich mich ganz schnell wieder verpasst. Ohne Klebeband? Nee. Nee. Weiß doch. Klebeband, damit machst du alles. So, wollen wir zuerst die Quests auf dem Friedhof kurz erledigen? Äh, ja. Vergraben der Toten, säuberen im Friedhof kommen. Hat jemand, hat jemand dreimal Reiniger und Selbstmörderfleisch zweimal? Äh. Selbstmörderfleisch kannst du beim Händler kaufen, genauso wie Reiniger. Also bei mir jedenfalls. Hab ich aber alles. Hab ich auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, dass ich auf jeden Fall das Fleisch hab. Das hab ich nämlich eben aufgehoben. Boah, jetzt muss ich erstmal kurz gehen. Also bei mir kannst du jetzt kaufen beim Händler. Deodorant, Klebeband, Heilschrott, Selbstmörderfleisch und Wasserleichenfleisch. Klebeband? Dann kauf doch mal Klebeband. Warum soll ich das jetzt kaufen? Ihr habt wahrscheinlich mehr Geld als ich. Darauf will ich nicht wetten, ich lieg mehr unter der Decke. Guckt doch erstmal selber, ob der das bei euch hat. Metallschrott, Metallschrott, Metallschrott. Brauchst du Klebeband? Dann kauf ich was für dich. Dauert hier ja grad nochmal wieder Jahre. So. Ach, ich hab 11.000. Das ist ja nix. Was hat der bei dir Talons? Deo, Klebeband, Metallschrott, Selbstmörderfleisch und Wasserleichenfleisch. Dann kannst du dir alles kaufen. Das wird gleich erstmal vorratig kauft, Alter. Ja stimmt. Ein bisschen Klebeband kann man sich am Vorrat kaufen. Das ist allerdings recht. Ja auch die anderen Sachen wie Metallschrott. Oh, ich hab ne Schockpistole. Jetzt find ich mich cool. So. Das sollte reichen. Alter, wir hatten hier seine Pistole vergessen. Das ist meine. Warum ist die runtergefallen? Gib die her. Alter, da hängt die der Pistole. Warum hängt die da an dem Tisch drin? Ich hab die grad nur nicht viel zu einer Schockpistole und denk mir so. Ich hatte sie nicht mehr in der Hand, nicht mehr im Inventar. Und das ist so, dass die da an dem Tisch hängt. Läuft bei euch. So, die hier Bomben hab ich jetzt auch. Ach, dafür täpelt sich der andere sich sehr ausgepackt, Trottel. Ne. Ich seh euch. So. Können wir dann jetzt, meine Herren? Ne, doch nicht. Ich muss noch mal ein bisschen. Dann mach ich schon mal alleine weiter. Bäh. Hallo. Oh, das Wetter, das Wetter lädt wirklich ein. Oh ja, wundervoll. Ich muss sagen, der Regen sieht, mit meiner neuen Grafikkarte sieht der Regen viel sanfter aus als vorher. So, ähm. Da ich nicht weiß, wie es vorher bei dir aussagt. So, hat jemand Elektroschrott? Ähm. Du fragst Sachen, ey. Warte, lass mal gucken, wie immer die Dinger sind. Oh ja. Ich hab 10 Elektroschrott dabei. Also Elektroschrott hab ich genug. Elektroschrott hab ich 24. Wo war das hier? Ne, zwei große Batterien und LP 4000 Batterie. LP 4000 hab ich auch noch welche. Zwei Stück muss ich noch haben. Zwei mal große Batterie? Ja, zwei. Und große Batterien hab ich 14. Würde ich alles mal nehmen. Zwei große Batterien und... Ähm. Würde die Kerne das nicht offscreen machen? Das sagt die, die es ja jetzt ja schon alles hat. Ja, weil ich schneller bin als... Ja. Ups. Sorry, das war falscher Knopf. Also Elektroschrott wolltest du da haben? Wie viel? Und zweimal große Batterie. Ne, die Elektroschrott brauch ich nicht. Dann brauchst du nur zweimal die große Batterie. Große, große, große Batterie. So. Also das beides, ja. Ja. Schön. Vor allem voll mit nem Gürtel befestigt, ey. Schön. Der muss ja halten, ne? Darf nicht rutschen. Können wir da nicht jetzt? Hat die Frau überhaupt Brüste? Wärst du ein Kerl? Würde ich diese Frage durchgehen lassen. Irgendwie, äh... Ja, sorry, aber die hat da nix. Ne? Ne, das ist A.A.A.A.A.A.A.A.A.Aa.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. warum wir es auch schon nicht mehr dacke ich die ist noch mal stehen du mal stehen dann können wir mal gucken was du hast herzen oder zwickern jeden Fall mehr als die alte da es sind auch noch zwei Körbchen ich hab wenigstens tippen soll ich geh jetzt in Friedhofsäuber das mir egal ob ihr da seid oder nicht nehm mich mit ich bin Arzt und Zombie oh der tut weh oh die tun auch weh ihr müsst noch mal die Kanalisation zur Polizeistation und den Typen mal retten ja gleich ich fucke erst mal Vortex ab nö 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 geht mir gut außer der fährt das bei mir nicht auf ich bin eh schon schön Schoki ich hab den Stinker oh alter der fette wieder na ich glaub ich helf's über dem Dicken mal warum geben wir uns eigentlich mit so einem Dicken ab nö ja einfach so wegschneet er ist gleich tot los den letzten Schlag macht ihr na gut das ist doch die Quest die wir grad ausgewählt haben ich hab doch gesagt wir säubern erstmal den Friedhof okay dann muss ich das mal kurz wir fördern die Leichen zurück ins Grab so wo hast du das? so hältst du nicht fest das hast du gut gemacht weiter geht's das ist vielleicht auch auswählen rrrrrrrrrrr oh Gott da sind noch einige warte mal öhm ja ich weiß nicht vor die Wand ne wollte ich nicht stirb hier ist ein Schläger ja ich bin tot was? das ist gut das ist sehr gut warum kann ich dich nicht heilen obwohl ich ein Medipack hab toll warum ist er tot? weiß ich nicht ich hab hier auf den Zombie eingedrescht und was er hinter mir gemacht hat konnte ich nicht sehen so warte mal also du kannst gerne auf ihn losgehen ich tausche mal kurz was aus ich mach kurz hier so mit dem Hackebeil ein Arm ist ab der andere Arm ist auch ab hätte ich nicht zwei eine halbe Sekunde vorher abmachen können Entschuldigung hey das Hackebeil ist richtig gut und es liegt auch sehr gut in der Hand es liegt sehr gut also ja es ist gut ausbalanciert also das ist richtige Schmiedekunst ja ich sag's dir das richtige schön handgefertigter Kram ich sehe nichts doppelt ich brauche dringend was zu brauchen da ist noch ein Schläger das sind noch mehr wo ist der Schläger ich hab einen Schläger in der Hand den Morgensternschläger Pam da ist die Schädel rüber ich rette dich euch mich deine Mutter meine Mutter scheiße was macht die denn hier au kann jemand schnell so würde ich gerne aber wie gesagt das funktioniert nicht ich kann nichts machen ja du hast die wahrscheinlich nicht drin liegen oder gar keine mehr also eben im Inventar hatte ich noch welche boah wo bin ich denn jetzt gelandet Alter mal wieder im Arsch der Welt warum lande ich denn immer da wo ich nicht landen soll ich fühl mich verarscht von dem Spiel ich hatte irgendwann heute am Tag als ich mal reinguckte irgendwo im Medipack rumliegen im Inventar ja du hattest welche gekauft das weiß ich komm Mama ist da ich hacke ihm die Hände ab ich habe auch ein Hackebein ich kann auch aufs Bein gehen dann kippt er irgendwann um einer ist ab einer ist ab warte der andere kommt ah er ist schon tot oder ich habe immer aufs Bein gezielt so und wieder zur Mutter Helen wobei ich aufs andere Bein gezielt habe aber okay bei 1 2 im Jogging-Wart das ist wie bei GTA du fährst mit der Motorhaube gegen der Straßenlaterne und hinten der Kofferraum fällt ab kann ich nicht beurteilen ich auch nicht ich war auf geht's zur Mami zur Nonne ob die auch im Porno nicht hat er alle da hat ich wills nicht wissen ehrlich gestanden ich wills nicht mit Augen unseres Herrlands aufsteigen neues Update war Piper her mit dem Hammer Gabriels Vorschlaghammer bitte wat den muss ich gleich mal testen oh ja also muss ich den reparieren boah hier alter das Upgraden von dem ist richtig teuer habt ihr ne Wand zu viel ich kann mir den Piranha machen oder das Schwergewicht hm boah ich kann mir auch das Piranha oder das Schwergewicht machen einer sollte das Schwergewicht zeigen und einer darf den Piranha am besten okay was machst du oder ich weiss nicht was besser ist ich mach mal den Piranha ja ich mach mal den Piranha ja ne ich nehm den Piranha oder will ich wissen noch hast du die Chance zu sagen du nimmst ihn doch ich muss jetzt nur noch auf ja drücken ich nehm den Piranha ja dann nehm ich einen anderen ich hab den Piranha da fehlen mir zwei Klammer ich hab den Piranha ja da fehlen mir zwei Klammer oh alter was das für ein Hammer Junge ok mein Schwergewicht ist äh auch ziemlich merkwürdig irgendwie sieht da ein Hammer so aus wie mein da seht da kein Unterschied wenn ich ehrlich bin das Ding frisst aber gut aus aber ah Talams du musst dir hier noch ein bisschen was zu Suppeln holen ne ja jetzt muss ich erstmal kurz ordnen ja jetzt muss ich erstmal kurz ordnen äh hä bei mir hat hier hier soll einer sitzen der der Quest ach oben wahrscheinlich oben ähm ja vermutlich ich geh mich aus dem Weg mit meinem Vorschlag hammer ok den schau an sich zu zersetzen oh mein Gott das ist da unten ok ein so zack äh ja also suche einen Spaten für oh 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 Schwierigkeitsgrad einfach Belohnung 1500 EP und eine böse Sichel wow wie böse ich steh auf böse Sichel Moment das klingt irgendwie sehr komisch so kann ich jetzt irgendwas da modifizieren nein ich kann das nicht modifizieren Schwergewicht kann ich auch nicht was brauchst denn denn dafür noch ich brauch Klammern ähm Klammern nur die Klammern auch noch was anderes dann schau ich grad mal ob ich welche hab schön dass ich für begraben äh äh nee ich hab Kleber und Kling aber keine Klammern oh ich hab ja ich hatte ja ein Level ab irgendwann ja das muss ich auch noch grad verteilen immer noch eins hab ich eigentlich schon kurz reingeguckt müsste ich jetzt eigentlich mal machen schnell so ich warte dann mal auf die Jungs die hier irgendwie noch 5 Stunden brauchen werden guten Tag ich bin da währenddessen äh erzähl ich euch die Geschichte vom Wichtelmann und den sieben Geißlein oder die oder das Mädchen mit den Schwefelhützern kannst du gleich nochmal vorlesen ja das hab ich ja schon ja deswegen nochmal also für das Dead Island Display einfach weil es original und so ist ich hier auswendig kennen würde äh nicht also also ähm ich hab mir das einmal angehört und kann das seitdem ja dann doch mal hören soo jetzt gehen wir den mal suchen oder? also wer hat doch nicht gesehen das Mädchen mit den Schwefelhützern in der Beschreibung warum das war einmal Ende warum ist der Weg jetzt noch weiter als vorher weiß ich nicht welche Quest habt ihr ausgelegt ich hab überhaupt keine Punkte ich hab jetzt die Quest äh eine Frage der Gerechtigkeit wo wir nochmal zur Police Station wo ist Iron Man wo ist Superman wo ist wo sind die alle kommt ihr? ja Talons ist der einzigste der grad Stunden braucht irgendwie hm der ist noch ein bisschen verpennt nimm sie ihm die Schügel der lootet auch nochmal ja das muss aber nicht jetzt unbedingt sein ja der lootet ich hab verstanden der lootet sag ich mir what? er hat seine Frage oh ab und zu passiert das auch bei Männern sehr selten aber manchmal ich hab ja noch einen Fähigkeitspunkt zu verteilen stimmt ja das musst du jetzt machen oder wie? das musst du jetzt machen oder wie? das musst du jetzt machen oder wie? ja das muss jetzt sein jetzt auf der Stelle hei hei immer wieder warten auf die Talons wir schauen den Ball den Talons an wie der Talons tanzen kann auf der Mauer auf der Mauer sitzt der in der Talons achso jetzt könnt ihr auch vorher ne äcklen entsposten das ist nicht nein nicht auf der Mauer die auch die 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 Vielen Dank.